Hallo, ja, die Post war jetzt endlich da und hat mir mein Paket gebracht. Ich habe ein Pokémon-Gewinnspiel gewonnen und ich habe mir gedacht, mache ich ein kleines Unboxing-Video, damit ihr natürlich auch sehen könnt, was sich darin befindet. Also eine Relaxo-Statue kann ich schon mal ausschließen. Gut, jetzt mache ich das Ding aber mal auf. Jetzt sollte ich Warteschleifmusik anspielen. Schön fein säuberlich und gewissenhaft auf Papier. Oh, schau mal, eine wunderhübsche, coole Glurak-Ansteckerfigur. Schnell ich mal aus. Das ist natürlich cool. Und dann... Nein! Das Wrestler Pikachu! Schaut mal, ist das nicht cool? Das sieht echt nice aus. Natürlich witzelt auch nicht so. Ähm... Oh! Hallalivaldfee! Sie sehen ja schon fesch aus. Oder? Was meint ihr? Schon was? Kann man die nur draufkleben oder lassen sie da drinne? Ich glaube, ich lasse sie da drinne. Oh! Und jetzt kommt es mal eine Zillibi-Figur. Sehr, sehr nice! Cool! Ah! Ja! Ich freue mich riesig. Mal schauen, wo ich die Sachen hinstellen werde. Außer die Sticker. Die werden wahrscheinlich irgendwo hingelegt. Ja! Es ist leer! Schnell!